Gut! Von der offenen Position. Inside Turn. Zu Shake Hand. Komm Shake Hand. Zu Skater Hold. Komm Skater Hold. Wende ich mich wieder zu. Tick sie raus. Wechsel die Hand. Free Turn. Und der ganze Move heißt Franky Sixes. Rück Platz. Der Trip to set. Und der Trip to set. Jetzt in die Kontra Promenade. Und zwar im Skater Hold. Die Kontra Promenade hat immer dieses Bild. Seitem der Tanzen Variation. Jetzt schicke ich sie raus. Wechsel die Hand. Ein Free Turn. Wenn ich sie mir einsammle, kann ich auch in die Kontra Promenade gehen. Wer will die, schicke sie raus, folge ihr. Wende mich ihr zu. Und bin in der Kontra Promenade. Das ist meine normale Promenade. Und hier die Kontra Promenade. Verbindet sich extrem kremig miteinander. Und hier die Kontra Promenade verbindet sich extrem kremig miteinander. Und hier die Kontra Promenade verbindet sich extrem kremig miteinander. Und hier die Kontra Promenade verbindet sich extrem kremig, Und hier ist sicher, dass in etwa die Kontra Promenade verbindet sich zum Glück besser von frei.